Hallo und herzlich willkommen in der Leebubble. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei unserer nächsten Sammlung mit winterlichen und weihnachtlichen Geschichten. Ich bin Lee und wenn du keines meiner neuen Hörbücher verpassen willst, klick noch schnell auf Abonnieren bevor es losgeht und dann am besten auf die kleine Glocke. Und jetzt würde ich sagen, mach es dir richtig schön bequem und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Die Freunde Heinz Delius war ein stiller, versonnener Knabe. In der Klasse fleißig und beliebt verstand er einen Scherz und vereitelte nie einen lustig geplanten Anschlag. Hermann Held war sein bester Freund. Er war Vorturner, ein frischer, kräftiger Junge, blauäugig und mit blonden Haaren. Es gab immer ein hübsches Bild, wenn beide gemeinsam heimgingen und der kräftigere Hermann, dem Schwächeren beim Berganstieg, die schwere Schultasche trug. Sie wohnten gemeinsam in einem Villengebäude vor der Stadt auf halber Bergeshöhe. Und zu diesen Freunden gesellte sich nun ein Dritter. Er hieß Albrecht Kahner, war blass, hoch aufgeschossen für seine zwölf Jahre, der Sohn eines früh verstorbenen Mechanikers und bewohnte mit seiner Mutter und fünf Geschwistern eine kleine Wohnung in der Altstadt. Als Heinz und Hermann ihn besuchten, erschraken sie vor der Armut, welche ihnen dort entgegentrat. Es war alles so sauber in der Stube und Albrechts Mutter jedoch eine solch freundliche Frau, dass sie sich bei ihm gleich heimisch fühlten. Dazu wuchs ihre Freundschaft von Tag zu Tag und sie hießen in der Klasse nun nur noch mehr der Dreibund. Da geschah es eines Morgens, dass Albrecht, der eine schwierige Mathematikaufgabe an der Schultafel zu lösen hatte, zum Schrecken aller Kameraden ohnmächtig umfiel. In der frischen Luft des Schulhofes wachte er sofort wieder auf und richtete sich erschrocken in die Höhe. »Verzeihung, Herr Professor«, murmelte er peinlich verlegen. »Hast du kein Zehn-Uhr-Brot gegessen, Junge?«, fragte dieser freundlich. Eine helle Röte lief über Albrechts blasse Wangen. Niemand wusste, dass er oft bis Mittag keinen Bissen über seine Lippen bekam, denn er schenkte stets seinem schwachen jüngsten Bruder sein Frühbrot. »Wer hat von meinen Jungs noch Essen bei sich?«, rief Professor Hertwig laut. Dreißig Paar Knabenhände griffen sofort in ihre Taschen. Was kam da alles zum Vorschein? Ein Zucken lief über des Professors Gesicht. Schusser und Steine, Lehmkugeln und Schokolade, Messer und Knöpfe, ab und zu auch ein Brotrest oder ein Apfel. »Nur her damit, das heißt mit dem Essbaren. Und nun greife tüchtig zu, Albrecht«, erreichte ihm vor allem ein Glas frisches Wasser. Nach einer Viertelstunde saß Albrecht Körner wieder munter neben Hermann Held auf der Schulbank. Als sich aber nach zwei Tagen der Vorfall wiederholte, bevor Heinz und Hermann, wie sie's verabredet, ihr Zehn-Uhr-Brot mit ihm geteilt, murmelte der Professor etwas von »völlig unterernährt« in seinen Bart und suchte nach Klassenschluss die Wohnung der Witwe Körner auf. Verlegen öffnete diese die Türe und reichte ihm die abgearbeitete Frauenrechte zum Gruße. Mit einem Blick in die Stube der Armut wusste der Professor von Albrecht Körner gleich alles. »Ihr Sohn ist mir ein lieber, fleißiger Schüler«, sagte er bewegt. »Ich werde für Frühstück und Mittagstisch für ihn sorgen. Verlassen Sie sich darauf.« Tränen standen in den Augen der Witwe. »Die Pension ist zu gering«, sagte sie schlicht. »Die Kinder helfen mir sparen, so viel sie können, denn es sind gute Kinder.« »Ach, Sie sollen es bald leichter bekommen, Frau Körner.« Der Professor drückte ihr fest die Hand. Dann ging er. Unterwegs begegneten ihm Heinz und Hermann. »Guten Morgen, Herr Professor!« Die Mützen flogen nur so vom Kopf. »Gruß Gott, Jungs! Hört mal, ich hätte wegen dem Albrecht Körner eine Bitte an euch. Könnt ihr nicht abwechselnd Mittagessen bei euren Eltern bekommen?« »Gerade sprachen wir davon.« Die Augen der Knaben strahlten. »Unsere Mütter haben sofort ihre Einwilligung gegeben.« »Schön, das wäre somit erledigt. Und euer Zehn-Uhr-Brot teilt ihr auch mit ihm. Das hab ich schon bemerkt. Reicht so, Jungs. Geben ist doch das Schönste im Leben.« Und Albrecht Körner weinte, als er hörte, dass es ihm nun so gut gehen sollte. Es war ein tiefes Weinen, das allen ins Herzen schnitt. »Ich kann es nicht annehmen«, schluchzte der blasse Knabe, »wenn Mutter und Geschwister daheim so hungern.« »Für Mutter und Geschwister lasse mich nur sorgen, Albrecht.« Ein Freudenstrahl glitt über das offene, schmale Knabengesicht. Zwei Hände griffen dankend nach der Rechten des Professors. Darauf läutete die Schulglocke. Glücklich ging Albrecht Körner mit seinen Freunden ihrem Hause zu. Der Professor sah ihm lange nach. »Aus dem Jungen wird bestimmt noch etwas Tüchtiges im Leben«, sagte er freudig zu sich. »Dazu ist es meine Aufgabe, ihm vorwärts zu helfen. Seltsam, dass aus der Armut oft unsere tüchtigsten Männer wachsen und der Reichtum vielen Kindern kein Glück bringt.« »Jungs«, rief eines Morgens Hermann Held in die Klasse hinein, »ich hab nen Gedanken.« »Na, hoffentlich einen guten.« »Ach, habt ihr je einen schlechten bei mir entdeckt?« klang es lachend zurück. »Na, schieß los, du spannst uns auf die Folter.« »Ist Albrecht anwesend?« »Nein.« »Also, wir veranstalten eine Weihnachtsverlosung für Albrecht Körner.« »Vom Moos! Großartig! Ausgezeichnet!« Fritz Weber hub Hermann auf seine Schulter. Es war der längste in der Klasse, und er trug ihn unter allgemeinem Hallo im Schulzimmer herum. »Und zwar zeichnen, schnitzen, malen und laubsägen wir die Gewinne selber«, eiferte Hermann von seinem Sitz herunter und meinte noch, »es müssen alles schöne Sachen sein. Verstanden?« »Nebenbei gesagt, spendieren unsere Mütter bestimmt auch etwas dazu.« »Hermann, du bekommst eine Ehrenkrone aufs Haupt gesetzt. Du verdienst eine Auszeichnung.« Und da trat der Professor ein. »Na, Jungs, was ist denn das für ein Radau? Das bin ich bei meiner guten Klasse gar nicht gewöhnt.« Lachend und strahlend wurde ihm der Plan mitgeteilt. »So ist's recht. Ihr habt mein vollstes Einverständnis.« Er war sofort mit Feuer und Flamme bei der Sache. »Im geschmückten Schulsaal wird die Verlosung gehalten. Die ersten Zehnlose nehme ich gleich. Hoffentlich seid ihr Nobel und lasst mich nicht lauter Nieten ziehen.« »Helles Lachen« war die Antwort. »Nun aber ruhig. Albrecht kommt über die Straße. Er lasst ihn selbstverständlich mitmachen. Er zeichnet flott und sagt, die Verlosung sei einfach für einen guten Zweck.« Da trat Albrecht Körner in das Schulzimmer. Der Unterricht begann. Leuchtende Knabenaugen schauten zu dem verehrten Lehrer auf, der es so gut, so gut mit seinen Jungs verstand. Und Weihnachten rückte immer näher. Die Schulaufgaben fielen gut aus, obgleich die stattfindende Lotterie den Knaben viel Zeit weggenommen hatte. Eine ganze Reihe schöner Geschenke prangte schon im Schuhschrank. Dazu die verlockende Aussicht, was Väter und Mütter noch schenken wollten. Eben brachte Albrecht zwei gelungene Farbenzeichnungen der Stadt, die er entworfen und eingerahmt hatte. Der sonst so blasse Knabe sah frisch und rotwangig aus. Man sah, wie ihm die gute Kost anschlug. Dazu konnte er die Mutter noch unterstützen durch Nachhilfestunden, welche ihm Professor Hertwig beim minderbegabten Knaben verschafft. Das war seine größte Freude. Und der Verlosungstag kam immer näher. Am 18. Dezember fingen die Knaben an, lose zu drehen. Am 20. Dezember sollte das Fest stattfinden. »Was soll das los kosten?« berieten sie untereinander. »Na, wir wollen's recht billig machen, aber tüchtig viele Hans-Wurstelnieten darunter geben,« rief Franz Müller und rieb sich vergnügt die Hände. »Also zehn Pfennige. Abgemacht. Und Sonntag, den 20. ist die Verlosung, nachmittags um drei. Da haben alle Eltern Zeit.« »Sogar mein Vater,« lachte Hermann, der ein Arztsohn war. »Übrigens, wer stellt Tannenreisig zum Schmücken des Saales bereit?« »Ich,« rief Klaus-Peter, der Forstmeistersohn. »Ja, dein Vater kann sich gratulieren, wie wir seine Tannen plündern werden.« Und in diesem lustigen Tone ging es endlos weiter. Und der 20. Dezember kam heran. Es war ein herrlicher, trockener Wintertag. Voll Begeisterung schmückten die Knaben den Schulsaal mit deutschen Fahnen und Tannengrün, ordneten ihre Geschenke, dazu die Gaben der Mütter auf langen, weißgedeckten Tischen und befestigten die Glücksnummern daran. Als es drei Uhr vom Johannistürme schlug, öffneten sich die Saaltüren. Eine große Anzahl Menschen strömte unter einem freudigen Ruf der Bewunderung herein. Professor Hertwig hielt eine kurze Begrüßungsrede, wies auf den guten Zweck der Weihnachtsverlosung hin und auf die helle Freude seiner Jungen, welche sie erdacht und zusammengestellt hatten. Dann begannen zwölf Knaben mit dem Verkauf der Lose. Ein Lachen und Scherzen flog dabei hin und her. Natürlich, ich hab Zehnernswurstel gezogen, rief ein Vater lachend aus. Elischen, hol mir nur gleich nochmal fünf Lose. Du willst doch was gewinnen, mein Kind. Hurra, ich hab einen Treffer, schrie ein kleiner Junge. Er wollte sofort auf den Geschenktisch losstürzen und sich etwas aussuchen, aber die Knaben, welche davor eine Schnur gespannt hatten, hielten ihn zurück. Du bekommst gleich deinen Gewinn, trösteten sie ihn. Ich möchte zwei Lose kaufen, rief ein fünfjähriges Mädchen. Drei Knaben mit Tellern voll Losen stürzten sofort auf sie zu. Nimm nur von jedem, sagte die gute Mutter. Mutterle, Mutterle, alle drei haben einen Treffer. Hurra, der Herrmann hat den Haupttreffer gemacht, das feine Geschichtsbuch vom Herrn Professor gestiftet. Ehre, wem Ehre gebührt. Neidlos umstanden ihn die Kameraden. Du hast den feinen Plan mit der Verlosung ausgeheckt. Dir gehört doch der erste Preis. Und nach einer Stunde waren alle Lose verkauft. Ein helles Glockenzeichen erklang. Mit ihm begann die Verteilung der Gewinne, die Professor Hertwig übernommen. Nummer eins, ein Bild unserer Stadt in geschnitztem Rahmen. Wer hat Nummer eins? Ich hab's, ich hab's. Ein zehnjähriger Junge drängte sich vor. Er nahm es strahlend in Empfang. Nummer zwei, ein Urständer, Laubsägearbeit. Wer hat Nummer zwei? Nummer drei, eine Tafel Schokolade. Immer wieder holte den Gewinn der lachende Besitzer des Loses. Nummer vier, ein kleines Gemälde. Nummer fünf, ein Buch. Nummer sechs, eine Puppe. Mia, Mia, jubelte ein herziges kleines Mädchen, nahm sie seelisch in die Arme und küßte sie voll Zärtlichkeit vor allen Anwesenden. Nummer sieben, eine Mütze. Oh, Mutter, die kann ich gut gebrauchen. Und gleich wurde sie auf den Blondkopf gesetzt. Nummer acht, ein paar Kniestrümpfe. Helles Gelächter, ein Gymnasiast hatte sie gewonnen. Nummer neun, ein Wandbrett aus Kerbschnitt. Nummer zehn, eine geschnitzte Schatulle. Und so ging es weiter. Hundert Gewinne wurden verteilt. Freude und Lachen überall. Meine Arbeit hat der Kommerzienrat Helwig gewonnen. Meine der Professor Müller. Meine der dicke Bäcker Meier. So schwirrten die lebhaften Knabenstimmen durcheinander. Du, Hermann, wenn der Albrecht wüsste, was wir wissen, raunte Heinz seinem Freund ins Ohr. Ich bin so glücklich, sagte Hermann. Die Sache verlief glänzend. Der Erfolg wird großartig sein. Denk nur, viele Väter haben das Doppelte gezahlt. Und, jubelte er, mein Vater hat auch dabei sein können. Wieder erklang ein Glockenzeichen. Das Stimmgeschwur legte sich. Mit ein paar herzlichen Schlussworten dankte Professor Hartwig für das überaus zahlreiche Erscheinen aller Eltern, für ihre so breitwillig gespendeten Gaben und den raschen Verkauf der Lose. Mit seinem großen Jubel schloss die schöne Feier. Am Weihnachtsabend überreichten zwei frohe, glückliche Knaben, der Armwitwe Körner dreihundert Mark als Weihnachtsgruß ihrer gesamten Klasse. Es war der Erlös der Verlosung. Der Witwe liefen die hellen Freudentränen über die blassen Wangen. Vergelt's Gott, sagte sie, und das klang so innig, dass es keiner anderen Worte weiter bedurfte, so sehr sie auch danach suchte. Sie brachte keines über die Freude zitternden Lippen. Albrecht aber hatte seinen Kopf auf den Tisch gelegt und schluchzte. Dann sprang er auf und reichte Heinz und Hermann die Hand und meinte ergriffen, »Abdank, ihr treuen Freunde, für alles, was sie an uns getan. Wenn ich euch einmal im Leben meinen großen Dienst erweisen kann, soll es mein glücklichster Tag gewesen sein.« Darauf zündete er den kleinen Christbaum an mit den sechs Kerzen und den rotbackigen Äpfeln für die jubelnde Geschwisterschar. Die Mutter nahm das Bübchen auf den Arm, jedes bekam ein Lebkuchen in die Hand und »O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit« wurde gesungen. So erklang es aus frohem Kindermunde. Fest und fröhlich sang Heinz, Hermann und Albrecht mit. »Das war das schönste Weihnachtsfest, das wir je erlebt haben«, sagten die beiden Freunde, als sie heimwärts schritten. »Ja, Professor Hertwig hatte recht. Geben ist das Schönste im Leben.« In der Rumpelkammer Grau und dunkel war's da oben in der Bodenkammer, in der man das alte Gerümpel aufbewahrte. Niemals fanden die goldenen Strahlen der lieben Sonne den Weg durch die blinden Fensterscheiben. Ganz still war's, die bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, welche sich hier oben vereinigt hatte, lag in tiefem Schlaf, den sie jetzt feierte, nach einem langen, arbeitsreichen Leben. Nur Frau Spinne saß am Dachbalken und spann fleißig den dünnen Faden zu kunstreichen Netzen. Kreuz und quer knüpfte sie das feine Gewebe, bis die ganze Rumpelkammer mit Spinnweben überzogen war. Heute hatte sich ein unternehmungslustiges Mäuschen in die Rumpelkammer verirrt. Der jahrelange Staub kratzte es zwar heftig im Halse, dass es laut husten musste, aber es hielt in seiner Entdeckungsreise nicht inne. Tapfer drang es in dem Halbdunkel vorwärts. Per Dauz, da lag es auf der Nase, es war über eine große Puppe gestolpert, die mitten auf der Erde lag. Das Mäuslein hielt sich sein schmerzendes Beinchen. Ach, aber wie erschrak es, als sich die Puppe mit einem Ruck plötzlich Kerzen gerade in die Höhe setzte. Sie rieb sich die blauen Glasaugen und gähnte laut und fragte sich noch ganz verschlafen umsehend, wo bin ich denn? In der Rumpelkammer, gnädiges Fräulein, piepste die Maus ganz dreist, denn sie sah, dass es eine höchst anständig gekleidete Puppe war, mit der sie es zu tun hatte, wenn sie auch etwas heruntergekommen und verstaubt aussah. Oh, in der Rumpelkammer freilich, wiederholte diese mit einem tiefen Seufzer. In den dunklen, schmutzigen Bodenraum hat man mich seit Jahren eingesperrt. Ja, undank ist der Welten Lohn. Uns ist es ja auch nicht besser gegangen. Nein, uns ist es gerade so ergangen. Ertönte es jetzt hier und da aus den Ecken. Eines nach dem anderen von dem alten Gerumpel war durch den ungewohnten Lärm erwacht. Die Puppe versank in wehmütige Erinnerung. Ach, sie glauben es gar nicht, meine Herrschaften, was ich für ein verwöhntes und verhätscheltes Puppenkind gewesen bin, seufzte sie. Ach, als mich Lottie, meine kleine Herrin, das erste Mal in dem rosaseidenen Kleid unter dem funkelnden, lichtstrahlenden Weihnachtsbaum sitzen sah, ach, da hat sie mich jubelnd in beide Ärmchen genommen und gab mir einen so herzhaften Kuss gerade auf die Nase, dass ich fast eine Beule bekam. Ja, viele Jahre war ich das Liebste der kleinen Lottie, all ihre Gedanken drehten sich nur um ihre große Puppe Mienchen. Keine ihrer anderen Puppen und Püppchen war so schön wie ich. Noch heute freilich bin ich nun alt, da ist nicht mehr viel von meiner einstigen Schönheit übrig geblieben. Ach, Fräulein Mienchen, sagte der alte, zerbrochene Puppenwagen galant, der die Puppe schon seit vielen Jahren heimlich verehrte. Sagen Sie das nicht, sie sind noch immer schön. Puppe Mienchen so, wie die Lottie es jeden Morgen selbst machte, wenn das Kindermädchen Luise mit dem großen Schwamm ankam. Ach, davon kann ich eine Geschichte erzählen, ertönte es aus einer Ecke. Sie kennen mich doch noch, Fräulein Mienchen. Ich bin ja die alte Kinderwaschtoilette, die manch liebes Mal das Schreikonzert beim Waschen mit anhören musste. Sehen Sie, hier an meinem rechten Bein fehlt ein Stück Holz. Da hat die unartige Lottie mit dem Fuß gegengestoßen, weil das Wasser so nass und kalt war und die Seife sie so in ihre blauen Augen biß. Tja, auch ich war einst jung und schön. Ein weißes Lackkleid hatte ich an, mit himmelblauen Streifen. Aber jetzt, ach, bin ich alt und grau geworden. Vorbei ist es mit Jugend und Schönheit. Mich hast es ja am meisten, tönte es da etwas gequetscht aus der Schublade der Waschtoilette. Es war eine alte, eingeklemmte Handbürst mit einer großen Glatze, fast alle ihre Haare waren ihr vom Alter ausgegangen. Ach, wenn Mama Lottis Fingerchen, an denen sie immer die Nägel abknabberte, trotzdem die Mutter es doch so streng verboten hatte, mit meinen Borsten bearbeitete, dann kratzte ich sie, so sehr ich nur konnte, zur Strafe für das hässliche Knabbern. Ach, das war aber gar nicht hübsch von ihnen, denn damals war die Lotti noch ganz klein, verteidigte die treue Puppe Männchen ihre kleine Puppenmama. Später, als sie größer und verständiger wurde, tat sie es von selbst nicht mehr. Nein, ich kann mich über die Lotti nicht beklagen. Sie war die beste und zärtlichste Puppenmutter, die man sich nur wünschen konnte. In ihrem kleinen Waschfass wusch sie meine Wäsche blitzsauber. Und dann plättete sie mit ihrem kleinen Plätteisen all meine Hemdchen und Taschentücher, dass es eine wahre Freude war. Oh, wie fleißig hat sie für mich geschneidert. Die schönsten Hütchen und Schürzchen nähte sie mir unter der Aufsicht der lieben Mama. Hatte ich mir ein Knöpfchen von meinem Kleider abgerissen oder ein Loch in meine rosa Strümpfchen gelaufen, dann brachte das sorgsame kleine Mädchen es gleich wieder in Ordnung. Jeden Tag kochte sie mir mein Leibgericht, Schokoladensuppe mit Rosinen und Mandeln. Ja, ich hatte es sehr gut. Dann kam aber eine Zeit, wo die Lotte mich ein wenig vernachlässigte, als sie das erste Mal mit ihrer kleinen Plüschmoppe des Morgens in die Schule wanderte. Da vergaß sie es ganz, mich anzuziehen, den ganzen langen Tag musste ich arme Puppe in meinem Bettchen liegen und war dabei doch gar nicht krank. Ich war recht böse auf die dumme Schule. Die Lotte hatte jetzt fast gar keine Zeit mehr für mich. Immer saß sie bei ihrer kleinen Fibel und buchstabierte mit heißen Bäckchen. Oder sie kratzte mit ihrem Schieferstift auf die schwarze Tafel, dass ich Kopfschmerzen davon bekam. Solchen Lärm habe ich gar nicht gemacht, rief es da aus der tiefsten Tiefe des Puppenwagens. Eine alte, zerbrochene Tafel war's, die Gott weiß, wie in den Puppenwagen hineingeraten war. Wenn sich die Lotti mit mir beschäftigte, ging alles im Gegenteil ganz ruhig und manierlich zu. Ach, wie quälte sich die Kleine das I, hübsch gerade nachzuschreiben. Aber es war merkwürdig. Ein I wurde immer krummer und langbeiniger als das andere. Und schließlich kam der böse Schwamm, der mit einem blauen Bändchen an meinem Holzmäntelchen befestigt war und löschte die ganze Gesellschaft wieder fort. Aber lange gab sich die Lotti auch mit mir nicht ab. Bald erschien das Heft, der Federhalter und das Tintenfass auf der Bildfläche und sie verdrängten mich aus ihrer Gunst. Ich arme Schiefertafel, aber wanderte in die Rumpelkammer. Hm, da habe ich es doch besser gehabt, meinte die Puppe nachdenklich. Bald holte mich die Lotti wieder hervor und bei den Kindergesellschaften, die Lotti am Geburtstag ihren kleinen Schulfreundinnen geben durfte, wurde ich von all den kleinen Mädchen angestaunt und bewundert. Ich durfte mit am Tisch sitzen und bekam Geburtstagsschokolade zu trinken und nachher spielte ich mit Deckeldrehen und taler, taler, du musst wandern. Auch ich stamme von einer Geburtstagsgesellschaft der kleinen Lotti, fiel eine grüne Stocklaterne ein, die bis jetzt schweigsam in der Ecke gelehnt hatte. Wenn es dunkel wurde, bekam jedes Kind eine brennende Stocklaterne in die Hand, blaue, grüne, gelbe und rote und dann zogen die kleinen Mädchen hintereinander durch die dunklen Gänge des Gartens. Voran Onkel Wilhelm mit der Geige. Ei, das war eine rechte Lust. Die Stocklaterne versank wieder in ihre frühere Schweigsamkeit. Wissen Sie noch, Fräulein Männchen, rief jetzt eine mit grauen Spinnweben überzogene Schaukel, wie sie mit Lotti auf meinem Brett im Garten saßen und wie lustig wir in die Luft hineinflogen. Einmal aber gab die Kleine mir ein Zuderbens Dost, Bauts lagen wir alle zusammen der Länge nach auf der Erde. Ich kam ja mit den bloßen Trecken davon. Sie aber, Fräulein Männchen, hatten sich den Arm gebrochen und die arme Lotti lag bürst ihn nungslos am Boden. Och, rief das weichherzige Männchen und zog das Taschentuch heraus, um sich die Tränen abzuwischen. Dann wurde meine kleine Puppenmama sehr krank wochenlang bekam ich sie nicht zu sehen. Ich aber sah sie, rief mit zittriger Stimme ein ganz altes Nachtlämpchen dazwischen, viele, viele Nächte, viele, viele Nächte habe ich mit der armen Mama am Bettchen des kranken Kindes zusammen gewacht. Ach, ich denke immer noch an die eine Nacht zurück, wo das Fieber so hoch stieg, dass sich die Lotti mit weiten geöffneten Augen und mit glühenden Bäckchen ruhelos in den weißen Kissen wälzte und die Mama weinend am Bettchen des todkranken Lieblings niederkniete und den lieben Gott anflehte, ihr doch ihr einziges Kind nicht zu nehmen. Da flossen auch mir die Tränen aus den Fettaugen meines Brennöls und laut zischend verlöschte ich. Als ich wieder angesteckt wurde, da war die Besserung inzwischen eingetreten. Lotti lag ruhig atmend und sanft schlafend in ihrem Bettchen. Die Mutter aber kniete noch immer an dem selben jetzt jedoch dankte sie dem lieben Gott. Und als die Genesung nun vorwärts ging, da musste ich kommen, rief ein arg zerfetztes Märchenbuch aus. Was für herrliche Märchen musste die Mama der kleinen Lotti täglich aus mir vorlesen. So schöne Geschichten wissen sie doch nicht zu erzählen wie ich, knarrte Großvaters alter Lehnstuhl, der ganz zerbrochen in der Ecke stand. Wenn ich auch heut ein unbrauchbarer Invalide bin, wenn ich auch nur noch auf drei Beinen humple und die Motten in meinen Polstern wohnen und die Holzwürmer in meinem Holze, einst war ich ein ganz prächtiger Lehnstuhl. Wie liebte mich Lottis Großvater? Und Lotti selbst sprang jeden Abend in der Dämmerung die Treppe im Hause empor zu Großvaters Stübchen. Und dann setzte er sich in meine Polster, nahm sein Enkelchen auf den Schoß und nun ging das Geschichten erzählen los. Och, war das schön, war das schön. Wehmütig knarrte der alte Lehnstuhl vor sich hin. Oh, wenn ich bloß wüsste, was aus der kleinen Lotti geworden ist, meinte Puppe Männchen sind, gar zu gern würde ich sie noch einmal wiedersehen. Das kann ich Ihnen verraten, gnädiges Fräulein, piepste das Mäuslein, das all den interessanten Geschichten aus alter Zeit andächtig gelauscht hatte. Unten in der Wohnung ist jetzt eine junge Frau mit ihrem Töchterchen Hilde bei den alten Eltern zu Besuch. Lotti heißt die junge Frau, ich höre es ganz deutlich, denn ich habe mein Mäuseloch in dem Speisezimmer. Das ist sicher die kleine Lotti von damals. Da knarrte plötzlich das alte eingerostete Türschloss. Das Mäuslein sprang furchtsam davon und all das alte Gerümpel schwieg. Der Schlüssel drehte sich quietschend, die Tür zur Rumpelkammer wurde geöffnet und Licht und Luft drang in den dunklen Bodenraum. Puh, machte die schöne junge Frau, die mit ihrem Töchterchen und der derben Dienstmarkt hereintrat. Ist das hier ein Staub? Schnell, mach das Fenster auf, Stine! Die Magd öffnete das Fenster und fegte mit einem großen Besen die grauen Spinnweben und die dicken Staubwolken von dem alten Hausrat. Die junge Frau aber, Puppe Mänchen hatte in ihr gleich ihre kleine Lotti wiedererkannt, gingen wehmütigen Erinnerungen versunken, langsam an all den alten Sachen aus ihrer Kinderzeit vorüber. Och, Großvaters Lehnstuhl, rief sie und strich mit der weißen Hand so weich über den wackeligen Sessel, dass dem alten Gesellen ganz warm ums Herz wurde. Ach, und meine große Puppe! Die wollen wir mitnehmen, nicht wahr, Hildchen? sagte sie zu ihrem Töchterchen. Die soll der Weihnachtsmann wieder jung und schön machen. Und so wanderte Puppe Mänchen wieder aus der Rumpelkammer und kam noch einmal zu Ehren. Der gute Weihnachtsmann schenkte ihr eine neue Lockenperücke und ein prächtiges mattblaues Kleidchen. Und am lieben Weihnachtsfest freute sich Lottis Töchterchen von all den herrlichen Gaben am allermeisten über die große Puppe, mit der schon Muttchen gespielt hatte. Weihnachtsengel und Teufel im Telefon Die kleine Lilli lag in ihrem weißen Bettchen und hatte den kleinen rosigen Daumen im Munde. Es war so stille ringsherum, nichts rührte sich, denn es war die Stunde, da Papa und Mama ihre Mittagsruhe hielten. Und auch Lilli sollte eigentlich ihre blauen Äuglein fest zuhaben und von dem Christkind träumen, das schon anfing, in der blauen Himmelsküche seine süßen Weihnachtskuchen zu backen. Denn viel Mehl und Zuckerflocken ließ es eben langsam auf die Erde fallen, damit die Kinder da unten wüssten, dass es nun hohe Zeit war, recht gut und artig zu sein. Aber Lilli hatte kein gutes Gewissen und konnte deshalb nicht vom Christkind träumen. Sie musste immer wieder darüber nachdenken, ob es wohl das Christkind gemerkt hätte, dass sie neulich in der Küche, als die Köchin eben nicht darin war, ein kleines Kuchenherz vom Teller genommen. Und dann hatte sie gesagt, es sei Mussi das Kätzchen gewesen. Na ja, hatte die Lina gesagt, das Christkindchen wird schon wissen, wer es war. Tja, ob es das wirklich wusste? Aber vielleicht hat es die Sache doch wieder vergessen. Es hatte ja jetzt so viel zu tun. Och, es wäre so schön, wenn das liebe Christkind es vergessen hätte. Denn Lilly hatte eine wundervolle Puppe gesehen, an dem großen Schaufenster in einem Laden, wo das Christkind alle seine schönen Sachen hinschickte, damit die braven Kinder sich etwas Schönes aussuchen und auf den Wunsch schreiben konnten. Eine so wundervolle große Puppe mit langen blonden Locken. Sie lag in einem reizenden Wagen unter einer himmelblauen seidenen Decke auf einem weißen Spitzenkissen und hatte ein kleines silbernes Glockenspiel in der Hand und konnte die Augen auf und zu machen. Diese Puppe im Wagen auf der Straße zu schieben, wie wundervoll musste das sein. Und sie sollte Mimi heißen, wie Tante Lores kleines süßes Baby, das auch in einem Wagen lag und eine blaue Decke hatte. Lilly seufzte tief auf, faltete die kleinen Hände und betete, ach, liebes Christkind, Geld, du hast das ganz vergessen. Du musst an das Christkind schreiben, hatte Mama gesagt, vielleicht denkt es dann an deine Puppe, wenn es nicht zu viel zu tun hat. Tja, dachte Lilly, da kommen jetzt so viele Briefe an das Christkind und der Weg zum Himmelshaus, wo es jetzt wohnt, ist so weit. Wenn ich es nur einmal selbst sehen und sprechen könnte. Aber sie hatte schon jeden Abend gewartet, ob es nicht zu ihr herein käme, wenn es jetzt so in den Häusern herumging und den guten Kindern etwas in die Schuhe steckte, die sie ans Fenster stellten. Aber es war noch nicht gekommen. Aber plötzlich richtete Lilly sich im Bettchen auf und wurde ganz rot vor Freude. Sie hatte einen Einfall. Ich will mit dem Christkinder am Telefon sprechen. Papa sagt, da kann man mit der ganzen Welt sprechen. Sie stand leise auf und schlich auf den Zähnen in Papas Zimmer. Ihr Herz klopfte laut, denn sie hatte ein böses Gewissen, weil Papa es streng verboten hatte, den geheimnisvollen Kasten mit der glänzenden Trompete daran anzurühren. Aber Lillys Wunsch nach der schönen Puppe war so groß, dass sie alles vergaß und nur recht schnell, bevor es zu spät war, mit dem Christkindchen reden wollte, damit nicht ein anderes Kind die blonde Mimi im blauseidenen Wagen bekäme. So ging sie ganz leise in Vaters Zimmer, kletterte auf einen Stuhl und nahm mit beiden zitternden Händen die runde Muschel vom Haken herunter und hielt sie ans Ohr, wie sie es so oft von Papa und Mama gesehen hatte. Wer ist da? fragte eine feine Stimme. Lillie, sagte die Kleine, ist das Christkind zu Hause? Lillie hörte ein lautes, helles Lachen, wie von vielen Engeln, ganz nah an ihrem Ohr. Was will denn die kleine Lillie? fragte die Stimme jetzt noch leiser und feiner. Bist du das Christkind oder nur ein Engelchen? Ich bin das Christkind, aber sag schnell, was du willst, ich habe nicht viel Zeit. Ja, liebes, gutes Christkind, ich möchte die Puppe mit den blonden Locken in dem großen Wagen mit der blau-seidenen Decke und ich bin auch unartig gewesen, aber ich will es nicht wieder tun und du hast es auch gewiss vergessen, es ist schon lange her. Wo wohnst du denn, kleine Lillie? Hier, bei Papa und Mama. Dann hörte sie wieder ganz deutlich die vielen Engel lachen. Es war zu schön. Aber die Straße muss ich wissen und die Nummer. Gartenstraße 20, sagte Lillie, gleich unten an der Tür, keine vielen Treppen zu steigen, ganz leicht für dich, liebes Christkind. Geld, du bringst mir die Puppe. Ich will mal sehen. Ach, sage nicht Papa, dass ich in dem schwarzen Kasten mit dir gesprochen habe. Ich darf nicht. So, so, also ungehorsam? Ach, verzeih, liebes bestes süßes Christkind, aber ich musste mit dir selbst sprechen. Mein Brief hat so einen weiten Weg zu dir in den Himmel. Nun, so will ich dir diesmal verzeihen, aber jetzt hänge schnell die Muschel wieder auf, ich habe keine Zeit mehr. Nochmals hörte Lillie all die Engelstimmen lachen, und dann hängte sie mühsam das schwere Ding an den Haken und kletterte vorsichtig vom Stuhl herunter, ging eilig zu ihrem Bettchen und schlief vor Freude und Angst bald ganz fest ein. Als sie aufwachte, saß Mama in ihrem Bett und lachte sie freundlich an. Lillie hat so gut geschlafen und ganz rote Wangen hat sie, sagte Mama. Ach, Mama, ich hab mit dem Christkind gesprochen, die Puppe, du weißt doch. So schön hast du geträumt, davon hast du die roten Bäckchen bekommen. Da war Lillie still und fürchtete sich mehr zu sagen und fast glaubte sie selbst, dass alles nur ein schöner Traum gewesen war. Am anderen Tag aber, als eben alle Papa, Mama und Bubi beim Mittagessen saßen, klingelte es draußen vor der Türe und Susi, das Zimmermädchen, schob einen großen Puppenwagen, in dem die blonde Mimi unter der blauen Decke lag. Lillie stieß einen Freudenschrei aus, rutschte von ihrem Stuhl herunter und lief zu ihrer Mimmi hin. Oh, das Christkind hat es mir geschickt, sagte sie wichtig, als alle um sie herum standen und sehr verwundete Gesichter machten. Ich habe mit dem Christkind gesprochen, Mama, du weißt doch. Wo denn und wann denn, fragte Papa etwas streng. In dem schwarzen Kasten, antwortete Lilly und wurde sehr rot und konnte den Papa nicht ordentlich ansehen. Am Telefon bist du gewesen, sagte Papa jetzt sehr streng. Ja, sagte Lilly ängstlich, aber alle Engel haben gelacht und das Christkind hat es mir verziehen. Na, ich will einmal mit ihm sprechen. Warte, bis ich wiederkomme. Bis dahin rühre die Puppe nicht an. Als Papa wieder aus seinem Zimmer kam, lachten seine Augen sehr freundlich, aber seine Stimme war ernst. Ich will dir diesmal deinen Ungehorsam verzeihen, weil das Christkind mich so gebeten hat. Aber dass so etwas nicht wieder geschieht, hörst du? Ja, lieber Papa, aber Mimi ist sehr hungrig von dem weiten Weg. Ich will ihr jetzt von meiner Suppe geben. Polly das Brüderchen sah neidisch zu Lilly hin. Nun hatte sie schon vor Weihnachten ihren schönsten Wunsch erfüllt und er musste warten. Und dann war es auch noch nicht sicher, ob er seine großen Bleisoldaten bekommen würde, die ganz rund waren und auf ihren Füßen standen und nicht auf solch dummen viereckigen Blechstücken wie seine alten. Wenn Lilly mit dem Christkind sprechen konnte, die Junge Lilly, die ein ganzes Jahr jünger war als er, so konnte er es auch und Papa würde es ihm sicher auch verzeihen, es wäre zu schön, seine Soldaten auch vor dem Christabend zu haben. So saß er still und geduldig und hörte Lillys Geplauder ruhig an. Gegen Abend aber, als Papa und Mama ausgegangen waren und Susi bei Lilly am Bettchen saß, ging Polly heimlich zum schwarzen Kasten, der im Gang neben dem Badezimmer an der Wand hing. Dein Vaters Zimmer war verschlossen. Er holte sich die kleine Trittleiter aus dem Badezimmer, stieg hinauf und nahm den Hörer vom Haken, wie er das so oft von den Großen gesehen hatte. Er hielt ihn ans Ohr und wartete ein wenig. Da hörte er eine tiefe, böse Stimme. Wer ist denn dort? Ich bin hier, sagte Polly sehr ängstlich. Wer ist es denn zum Kuckuck? Was soll's? Ich will das Christkind sprechen, sagte Polly mit zitternder Stimme. Was sind denn das für Dummheiten? brüllte jetzt die Stimme laut und dicht neben ihm. Polly erschrak und fragte Bist du der Teufel? Da fing es von allen Seiten fürchterlich zu läuten an und er hörte viele verworrene Stimmen und Geräusche. Das Hörrohr fiel ihm vor Schrecken aus der Hand und die Treppe rutschte und ihm weg und er plumpste mit ihr auf den Boden. Da läutete es auch an der Haustür. Die Köchin kam aus der Küche, Papa und Mama stürzten herbei. Was ist denn los? riefen alle zu gleicher Zeit. Polly hatte sich ein großes Loch in die Stirn gestoßen und lag blutend auf der Erde. Aha, er hat wohl auch mit dem Himmel sprechen wollen, sagte Papa erklärend zu Mama, die ihn aufhob und in sein Zimmer trug, während Papa das Hörer nahm und ein paar Worte ins Telefon rief. Bist du dumm gewesen, sagte Lilly, als sie an Pollys Bette saß und er die fürchterliche Geschichte erzählte. Du hast in den verkehrten Kasten gesprochen, der geht zu dem Teufel in die Hölle, meiner ging in das Himmels Haus. Ach ja, seufzte Polly, es war schrecklich und meine Bleisoldaten krieg ich nun sicher nicht. Aber am Weihnachtsabend lagen sie dann doch unter dem Christbaum. Vom Schneemann Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren Erich und Marie wieder da. Wir aßen Nüsse und Pfefferkuchen und spielten mit meinem neuen Lebensrat. Wenn man das dreht, werden die Bilder darin lebendig. Ein Clown schlägt Purzelbäume, ein Pudel springt durch den Reifen, ein Junge klettert auf einen Berg und wieder runter und noch vieles anderes ist drin zu sehen. Es ist ein lustiges Spielzeug. Nachher haben wir einen Schneemann gemacht. Erst ein paar dicke Beine und einen Bauch, dann Hals und Arme und zuletzt den Kopf. Vater schenkte uns einen alten Kragen und einen Schlips. Damit putzten wir unseren Schneemann fein heraus. Der alte Steffens holte uns noch einen schwarzen Hut Die Augen machten wir aus Kohle und Mund und Nase aus Moorrüben. Der Kerl sah ganz famos aus. Wir nannten ihn den Weißen Peter und tanzen um ihn herum. Zuletzt machte ihm Erich noch eine lange Perücke und einen Bart aus schwarzem Papier und dann sah er wirklich beinahe aus wie ein Mensch. Bald nach dem Kaffee ließ Vater den Schlitten anspannen und wir brachten fröhlichst nach Hause. Das ging viel schneller, viel schneller als im Wagen und der weiße Wald glitzerte und die Abendsonne stand wie eine rote Kugel am Himmel. Wir waren eine Weile ganz still vor Freude. Man hörte bloß die Schlitten Glöckchen bimmeln und als wir nach Hause kamen da war es schon dunkel. Ich haß schnell mein Butterbrot und ging zu Bett. Kaum war ich eingeschlafen, hörte ich unten etwas Pfeifen. Nanu, dachte ich, was ist denn los? und sprang aus dem Bette. Draußen schien der Mond und ich sah ganz deutlich, wie der weiße Peter unten im Hof auf und ab ging. Ich machte das Fenster auf. Willst du wohl stillstehen, alter Junge? Schneemänner gehen doch nicht spazieren. Ach, sagte dir, ich kann mir doch auch mal die Füße vertreten, sie sind mir eklig kalt geworden. Übrigens könnte man auch mal Schlitten fahren, das habe ich lange nicht mehr getan. Und da zog er auch schon den Schlitten aus dem Schuppen. Willst du mit? rief er heraus. Natürlich wollte ich. Ich zog mir Vaterns großen Pelz an und ging hinunter. Richtig, da saß unser Schneemann auf dem Bock. Vier große weiße Pudel waren vor den Schlitten gespannt. Eingestiegen und los. Wie wir flogen. Ich konnte kaum um mich sehen. So schnell ging's. Wo fahren wir denn hin, Peter? fragte ich. In den weißen Garten, sagte der Schneemann, und schon waren wir da. Mitten im Walde blühten Hunderte von weißen Blumen, groß und kleine. Ihre Blätter waren weiß, und das Gras war weiß, und alle Käferchen und Schmetterlinge waren weiß, sogar der Mond, der hoch oben stand, sah ganz weiß aus. Es war eigentlich ein bisschen gruselig, als wir ausstiegen und in dem weißen Garten umher gingen. Peter, sagte ich, wir wollen wieder nach Hause, hier ist es mir zu weiß und zu still und mich friert. Aber die weißen Pudel waren mit dem Schlitten weggefahren, und der Schneemann nahm mich auf den Arm. Da wurde er immer größer und höher, wie ein Berg wurde er, und ich wuchs mit beinahe bis in den Himmel. Und da kam auch schon das Luftschiff angefahren. Rasch hinein in die Gondel und nun wie der Wind nach Hause. Hei da, das ging ja noch schneller als wie im Schlitten. Und der weiße Peter machte sich so furchtbar dick im Luftschiff, ich hatte auf einmal gar keinen Platz mehr. Und plötzlich fiel ich, fiel ich, und bumms, lag ich in meinem weichen Bett und wachte auf. Verwundert guckte ich mich um, es war Mondschein. Hatte ich denn alles bloß wieder nur geträumt? Eine Weihnachtsgeschichte O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! So klang es von frischen Kinderstimmen und einer tiefen, klaren Frauenstimme durch die Räume des Talbacher Pfarrhauses. Als der letzte Ton verhallt, war's ein paar Augenblicke still in dem gemütlich warmen Wohnzimmer. Aber nicht lange. Warten wird nie meine Leidenschaft sein, auch wenn ich Methusalems Alter erreichen sollte, hob Karl, der dreizehnjährige Gymnasiast an, der gestern zu den Ferien heimgekommen war. Es ist aber doch so notwendig, dass man warten lernt, erwiderte Lenchen mit weiser Mähne. Wer diese köstliche Kunst nicht verstände, sagte die Mutter neulich, der käme ihr vor wie ein Mensch, der ein Buch lesen wollte, ohne das ABC gründlich gelernt zu haben. Man würde eben nicht fertig im Leben, ohne das Warten. Johanna und Elspeth, die beiden neunjährigen Zwillinge, rückten dicht zu der Tante heran, die strickend in der Sofa-Ecke sitzt, und Johanna bittet, schreibt, erzählen wir uns doch etwas, auch mir will der Nachmittag schon endlos erscheinen. Und hätten wir nur, fuhr Elspeth fort, unsere Weihnachtsbesuche bei den Kranken nicht schon mittags gemacht, da wäre jetzt die Zeit, bis der Vater zur Bescherung ruft, schön ausgefüllt. Ach ja, erzähle, bitte, bitte. Nun, erzählen will ich wohl Kinder, sprach die Tante, indem ihre lieben Augen mit einem ihnen sonst fremden, träumerischen Ausdruck in die frühe Dämmerung hinausschauten. Ihr müsst aber heute mit ein paar Erlebnissen aus meinem eigenen Leben für lieb nehmen. Die Erlebnisse eines Weihnachtstages vor langen, langen Jahren. An Gedenktagen wie Christkindchens Geburtstag, meinem eigenen und den Geburts- und Sterbetagen meiner Lieben, ja, da wandern meine Gedanken zurück in vergangene Zeiten. Und doch vorwärts zu jenem großen Freuden- und Vereinigungstage. Aber bei gelesenen und gehörten Geschichten wollen sie nicht gern verweilen. Heute sind's 19 Jahre, seit ich mich mit Onkel Richard verlobte, den ihr beiden Älteren ja noch gut gekannt habt. Vor acht Jahren bin ich Witwe geworden. Oh, dann ist's also eine wirkliche Liebesgeschichte, meinte Karl, ließ das Knäuel von Elsbeths Strickzeug, mit dem er sich eine Weile beschäftigt, achtlos fallen und setzte sich in lauschende Stellung. Nun ja, eine Liebesgeschichte ist's, sagte die Tante, in dem ein fast jugendliches Erröten über ihre feinen Züge flog. Vor allem aber preist sie die Liebe und Freundlichkeit des Herrn, der die Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche. Eben jetzt meldete sich der kleine, fast vierjährige Paul, der ziemlich lange ruhig in der Zimmerecke mit seinem defekten Schaukelpferd beschäftigt gewesen, und verlangte etwas sehr Schönes zum Spielen, etwas, das nicht verrissen oder verbrochen wäre. Und als man seine Wünsche erfüllt hatte, ruf die Tante also an. Ich war Lehrerin in einem Mädchenpensionat in London. Die Tage waren mühevoll und schwer, die Arbeit wollte fast zu viel werden für Körper und Geist. Und was das Schwerste war in meiner dortigen Stellung, der Herr und sein Wort bildeten nicht den Mittelpunkt der Erziehung und des Unterrichts. Man beschäftigte sich zu viel mit Äußerlichkeiten, mit Nebendingen. Die zum Teil schon erwachsenen Mädchen wurden vollgestopft mit allerhand Kenntnissen und Wissenschaften, vor allem mit Zeichnen, Malen, Musik, Französisch und Italienisch. Von dem einen aber, was Not tut, wurde ihnen wenig gesagt, und das wenige in trockener mechanischer Weise, ohne Lebenskraft und Lebenswärme. Die Vorsteherin, eine wohlwollende, feingebildete Frau, war allerdings kirchlich gesinnt, aber von einer Gebets- und Lebensgemeinschaft mit dem Herrn schien sie nichts zu wissen. Ich dagegen wollte ihm ja so gern angehören, doch wurde es mir schwer, bei dem unruhvollen, oberflächlichen Leben still und unverrückt, mich an ihn zu halten. Das Weihnachtsfest war herangekommen. Die Pensionärinnen reisten für die Ferien ins Elternhaus. Mir war es als eine besondere Vergünstigung gestattet, während derselben in der Anstalt zu bleiben. Die Vorsteherin hatte für den ersten Weihnachtstag die Einladung einer befreundeten Familie in Sydenham, einer der zahllosen Vorstädte Londons, angenommen und gedachte, schon am 24. Früh dort hinaufzubrechen. Obgleich dem lieben Heiligen Abend nicht sein Recht ward. Nach der Kirchlichen nimmt bei der häuslichen Feier das Mittagessen am ersten Festtage entschieden den Hauptrang ein. Bei demselben dürfen in den einigermaßen wohlhabenden Ständen weder der Truthahn noch der Plumpudding fehlen. Ich hatte auch Bekannte in London, eine Familie, an die ich einen Empfehlungsbrief gebracht und die mich seither häufig in ihr Liebes, frommes, gastliches Haus aufgenommen. Es war die Familie des Bankiers Pfeiffer. Vater und Sohn waren im Geschäft tätig. Die Mutter waltete, eine echte deutsche Hausfrau, still und umsichtig im Hause, suchte aber auch außerhalb dessen Armut und Elend zu lindern, so viel sie nur vermochte. Eine Einladung aber zum Weihnachtsfest, auf die ich eigentlich sehnlich gehofft, die war nicht erfolgt. Dachten sie meiner nicht in ihrer Feststimmung? Ach, der 24. brach trübe und neblig an. Schnee war nicht gefallen. Ich las in meinem Stübchen am offenen Fenster und zeichnete. Ein gutes Feuer brannte im Kamin. Ich fühlte mich unaussprechlich einsam. Wollte denn kein Weihnachtsglanz für mich leuchten? Keine Weihnachtsfreude mein Herz erwärmen? Da klopfte es. Die Vorsteherin trat ein und fragte, ob ich nicht Lust hätte, sie bis Sydenham zu begleiten. Von Brixton, wo unser Pensionat lag, konnten wir es in wenigen Minuten mit der Bahn erreichen. Sie schlug mir vor, ein paar Stunden in den Sydenham Kristallpalast zu gehen, den ich oft und gern zu besuchen pflegte. Nun, für den Weihnachtstag hätte ich mir allerdings eine andere Freude gewünscht, aber ich willigte ein, da Miss Selman meine Begleitung zu wünschen schien. Es ist ein herrliches Gebäude, dieser Kristallpalast. So vollendet und groß steht er da. Mehr wie eine Schöpfung aus der Märchenwelt als ein mühevolles Machwerk von Menschenhänden. Zu einer früheren Londoner Industrieausstellung erbaut, ganz aus Glas ausgeführt, nur das Gerippe von Eisen, ist er jetzt zu einer Art Museum umgestaltet. Langsam schlenderte ich durch die weiten Hallen. Hier die schönsten einheimischen und ausländischen Gewächse, zwischen denen schillernde, prachtvoll gefärbte, sowohl als auch sangreiche Vögel umherflattern. Gruppen von ausgestopften Tieren, Dromedare, Gazellen und so weiter und Menschen aus allen Zonen, denen man zwar nicht ansieht, dass sie nur aus Holz gearbeitet sind. So natürlich sind ihre Stellungen, so ausdrucksvoll ihre Gesichter. Für ein paar Augenblicke glaubt sich der Beschauer, in ferne Länder versetzt, die sein Fuß nie betrat. Dort einzelne Gestalten und Gruppen aus Marmor, weiterhin die Bildergalerie. Dann führt mich mein Weg in die Tropen. Riesige Wasserbassins, auf denen sich Lotusblumen schaukeln. Auf dem Grunde des klaren Wassers schaut man die reichen Schätze, die der Mensch aus der Meerestiefe hervorgeholt und stolze Palmen, Bananen, schattige Bosquettes aus Lorbeer, Zypressen und Orangen. Glänzende Blumen des Südens, zwischen denen ganze scharen Kanarienvögeln und schimmernde Kolibris sich tummeln. Ich ruhte ein paar Augenblicke auf einer der Moosbänke, dem Plätschern der Springbrunnen und den weichen Klängen der Musik lauschend, der aus dem Dunkel des Buschwerks ertönte, ohne dass man die Urheber derselben sah. Aber bald erhob ich mich wieder und trat in die großen, hochgewölbten Hallen des Bazaars. Ein Laden neben dem anderen. Und welche Überraschung! In der Mitte des Bazaars erhob sich ein riesen Tannenbaum, weihnachtlich geschmückt, der, wie mir einer der umstehenden Diener erklärte, am Abend für die vielen Deutschen, die sich dann hier einfinden, angezündet werden sollte. Ein deutscher Weihnachtsbaum in fremdem Lande! Sollte ich bis zum Abend im Palast bleiben und mich den Heimatlosen zugesellen? War ich doch einsam und heimatlos wie sonst nur einer. Meine guten Eltern ruhten längst auf dem Friedhof. Eure Mutter, meine einzige Schwester, war als Erzieherin in einem Pfarrhause. Mehrere Verwandte hatte ich nicht. Die wenigen Freunde, die schienen mich vergessen zu haben. Ich wollte die Frage noch nicht entscheiden. Vielleicht wäre es besser, ich bliebe daheim in meinem Stübchen. So sinn schritt ich weiter in andere Räume, in die sich niemand der Schaulustigen verirrt hatte. Meine Gedanken stiegen bis an den Thron des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren und flehte um Frieden, um Liebe, um volles Genüge, um Weihnachtssegen. Aber wundert euch nicht, Kinder, wenn ich erzähle, dass eure alte Tante dabei bitterlich geweint hat. Ich war dazumal ja noch ein armes junges Ding und schon so einsam und verlassen im Leben zu stehen, wollte mir gar nicht behagen. Wenn ich auch die Gnadennähe meines Herrn spürte, so ist doch mein Herz gleich dem anderer Menschenkinder verzagt und trotzig von Jugend auf. Aber wohl dem, der zum Herrn geht mit seinem Schmerz, welcher Art er auch sein mag und bei ihm Hilfe sucht. Er hört unsere Bitten, schon ehe wir sie aussprechen, ja, und so soll's geschehen, ehe sie rufen, will ich hören, so steht's schon in der Bibel. Seine liebe Hand trocknet nur gerne die Tränen seiner Menschenkinder und schenkt ihnen, wonach ihr herzig sehnt. Wusste ich doch, wo ich meine kleine Freundin zu suchen habe, Gott zum Gruß! Er tönte in meiner nächsten Nähe die herzliche kräftige Stimme des Herrn Pfeifer. Und neben ihm stand sein Sohn und auch aus seinem männlichen ernsten aber freundlichem Antlitz leuchtete mir ein warmes Willkommen entgegen. Der Vater berichtete, dass sie mich schon in meiner Wohnung gesucht hätten, um mich für die ganze Dauer der Weihnachtsferien zu sich zu holen. Seine Frau habe früher schreiben wollen, es aber im Drang der Festvorbereitungen versäumt. Wir müssten nun allerdings erst dem Pensionat Einkehren meine Sachen holen und der Haushälterin von meinem Fortgehen Mitteilung machen. Und nun, fuhr er fort, erwartet mich hier, ich habe im Lesezimmer noch mit einem Freunde zu sprechen, bin aber bald wieder bei euch. Ich möchte es schon einmal besuchen, sprach Richard, indem er sich in den stillen Hallen umschaute. Jenes Land mit seinen Zedern und Palmhain, seinen endlosen Wüsten und seiner üppigen Fruchtbarkeit, seinen mächtigen Katarakten, seinen stillen Stromtälern, seinen Pyramiden und seinen Mumien. Nicht nur allein! Ich begegnete seinem Auge, das fragend auf mir rote. Er ergriff meine Hand und sagte, dass er mich lieb habe und ob ich sein Weib werden und mit ihm nicht etwa nur eine Reise nach Ägypten, sondern die ganze Lebensreise zusammen machen wolle. Tja, das war euer Onkel Richard, Kinder, und durch ihn hat der liebe Gott meine Armut reich und mein Leben köstlich gemacht. An jenem Abend standen wir als glückliches Brautpaar unter dem Christbaum. Als wir am anderen Morgen zur Kirche gingen, klang's in meinem Herzen, oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Mutter, die leise eingetreten war, hatte schon ein Weilchen neben der Tante gestanden. Es ist alles bereit, sagte sie und nickte den Kindern freundlich zu. Der Vater trat jetzt ein und ließ die Weihnachtsbotschaft, durch die ein Jahr nach dem anderen und ein Jahrhundert nach dem anderen den Menschenkindern große Freude bereitet wird und dann stimmte die ganze Familie den Lobgesang an. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Die Tante begleitet auf dem Klavier und das Glück der Jahre, die vorüber sind und die Weihnachtsfreude der Gegenwart und die Hoffnung auf den Tag, wo der Weihnachtssegen Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen erst in seine volle Kraft treten wird. Das alles hat ihr noch immer schönes Antlitz mit hellem Schimmer übergossen. Während der letzten zwei Verse ist der Vater leise hinausgegangen und nun öffnen sich die Türen des anderen Zimmers. Weihnachtsglanz, Weihnachtsfreude, Weihnachtsjubel Die Alfkönigin Ein Bauer wohnte auf einem Hof, oben zwischen den Bergen, aber nirgends wird erwähnt, wie er oder der Hof hießen. Der Bauer war unverheiratet, hatte aber eine Hausmeisterin, die Hildur hieß, von deren Geschlecht man aber nichts wusste. Sie stand im inneren Hausstand vor und war flink in allen Dingen. Sie war beim Gesinde des Hofes beliebt und bei den Bauern auch, aber es war nie zu merken, dass das Verhältnis zwischen ihnen die Grenzen der Schicklichkeit überschritt. Sie war aber auch eine gesetzte Frau, ziemlich in sich gekehrt, doch freundlich im Verkehr. Die häuslichen Verhältnisse des Bauern waren sehr gut, mit Ausnahme des Umstandes, dass es ihm schwer fiel, einen Hirten zu finden. Er war aber ein reicher Schafbauer und glaubte, sein Haus verlöre den Grundstein, wenn der Hirt fehle. Das kam nun weder davon, dass der Bauer streng gegen seine Hirten war, noch davon, dass die Hausmeisterin es an dem fielen ließ, was zu ihrem Gebiet gehörte. Der Grund, dass sie nicht einig werden konnten, war vielmehr der, dass die Hirten nie alt im Dienst wurden und am ersten Weihnachtsfeiertag, stets tot, in ihrem Bett aufgefunden wurden. In jenen Zeiten war es im ganzen Land Sitte, am Heiligabend Gottesdienst abzuhalten. Und es wurde für ebenso feierlich gehalten, dann zur Kirche zuzufahren, wie am ersten Feiertag selbst. Aber auf Gebirgshöfen, die weit von der Kirche entfernt lagen, war es für diejenigen, die sich der Verhältnisse wegen nicht eher bereit machen konnten, das Haus zu verlassen, bis der Stern zwischen Morgen und Mittag stand, keine Kleinigkeit zum Gottesdienst zu kommen. Und es war üblich, dass die Hirten bei diesem Bauern nicht früher nach Hause kamen. Wohl brauchten sie nicht den Hof zu hüten, wie es Sitte war, dass einer oder der andere in der Weihnachts- und Silvesternacht tat, während die übrigen Leute des Hofes in der Kirche waren. Denn seit Hildur zu dem Bauern gekommen war, hatte sie sich stets von selbst dazu erboten, während sie gleichzeitig besorgte, was zum Fest in Ordnung gebracht werden musste. Essen, Kochen und anderes, was dazugehört, und sie wachte immer bis spät in die Nacht, so dass die Kirchgänger zuweilen zurückgekommen, zu Bett gegangen und eingeschlafen waren, ehe sie zu Bett ging. Als es eine Zeit lang so gegangen war, dass die Hirten des Bauern alle plötzlich in der heiligen Nacht gestorben waren, da fing man an, in den Ortschaften darüber zu sprechen. Und es fiel deshalb dem Bauern so schwer, jemand für diese Arbeit zu dingen. Und je mehr starben, desto schwerer wurde es. Weder auf ihn noch auf sein Gesinde fiel der Verdacht, dass sie den Tod der Hirten verschuldet hätten, dass sie alle gestorben waren, ohne dass eine Wunde an ihnen zu sehen war. Schließlich sagte der Bauer, dass er es nicht mehr über sein Gewissen bringen könnte, Hirten zu dingen, die den sicheren Tod zu erwarten hätten, und dass nun das Schicksal darüber bestimmen möge, wie es mit seinem Viehstand und Wohlstand weiterginge. Als der Bauer sich hierfür entschieden hatte und fest entschlossen war, niemand zu diesem Zweck zu dingen, da kam einmal ein flinker und kräftiger Mann und bot ihm seinen Dienst an. Der Bauer sagte, so nötig habe ich deinen Dienst nicht, dass ich dich annehmen muss. Der Fremde fragte, hast du einen Hirten für den nächsten Winter gedungen? Der Bauer erwiderte, nein, und sagte, dass er sich entschlossen hätte, für die Folge niemand zu dingen. Und du hast wohl gehört, wie unglücklich es bisher meinen Hirten ergangen ist. Gehört habe ich davon, sagte der Fremde, aber ihr Schicksal soll mir keine Furcht einjagen. Da gab der Bauer nach, weil der andere ihn so eindringlich bat, und nahm ihn als Schafhirten in seinen Dienst. Nun verstrich eine Zeit. Der Bauer und der Hirte waren sehr zufrieden miteinander, und dieser war bei allen gern gesehen, denn er war ein Mann von gutem Betragen, keck und ausdauernd in all seinem Vorhaben. Es geschah nichts, bis Weihnachten kam. Da ging es wie immer. Der Bauer zog am Heiligabend mit seinen Leuten zur Kirche, nur seine Hausmeisterin blieb im Hause zurück, und der Hirt blieb beim Vieh. Der Bauer zog also fort und ließ die beiden allein zurück. Es ging auf Abend, ehe der Hirt wie gewöhnlich nach Hause kam. Er aß seine Grütze und ging dann zur Ruhe. Da fiel ihm ein, dass es vielleicht sicherer für ihn wäre, wach zu bleiben als zu schlafen, falls etwas passierte, obwohl er keine Furcht hegte, und deshalb blieb er wach. Als der größte Teil der Nacht vergangen war, hörte er die Kirchgänger heimkommen. Sie bekamen ein bisschen zu essen und gingen dann zu Bett. Noch merkte er nichts. Als er aber glaubte, dass alle eingeschlafen wären, fühlte er, dass seine Kräfte zu schwinden begannen, was nicht weiter merkwürdig war, so müde, wie er nach des Tages Mühe war. Er glaubte, es wäre schlimm mit ihm bestellt, wenn ihn jetzt der Schlaf übermannte, und er bot darum all seine Willenskraft auf, um sich wach zu halten. Es verging nun keine lange Zeit, bis er jemand an sein Bett treten hörte, und er glaubte zu sehen, dass es die Hausmeisterin Hildur sei, die hier ihr Wesen triebe. Er stellte sich, als schlief er ganz fest und merkte, dass ihm etwas in den Mund steckte. Das war, wie er fühlte, ein Zaum für den Hexenritt, und er ließ sich ruhig aufzäumen. Als sie ihm das Zaumzeug angelegt hatte, befestigte sie die Zügel, wie es ihr am bequemsten war, setzte sich auf seinen Rücken und ritt in sausender Eile fort, bis sie, wie ihm schien, an einen Graben oder eine Spalte in der Erde kam. Da sprang sie von ihm herab auf einen Stein und ließ die Zügel hängen, worauf sie vor seinen Augen in der Spalte verschwand. Der Hirte fand, es sei schlimm genug und wenig aufklärend, wenn Hildur solchermaßen vor ihm verschwende, ohne dass er wüsste, was es ihr geworden sei. Er merkte aber, dass er mit dem angelegten Zaum nicht weiterkäme, so viel Zauberei steckte darin. Er nahm deshalb den Ausweg, dass er den Kopf an dem erwähnten Stein rieb, bis er sich das Zaumzeug abgescheuert hatte, und dann ließ er es liegen. Dann warf er sich in die Spalte, in die sie vor ihm gesprungen war. Es schien ihm, dass er noch nicht weit in die Spalte hinuntergekommen war, als er Hildur wieder erblickte. Sie war auf einigen schönen Wiesen angelangt, über welche sie bald den Weg zurückgelegt hatte. Nach all diesem konnte er wohl begreifen, dass es mit Hildur nicht richtig zuging, und dass sie sicher mehr Kniffe unter ihrem Pelz verbarg, als man ihr ansehen konnte, wenn sie oben auf der Erde unter den Menschen weilte. Auch das konnte er verstehen, dass sie ihn bald erblicken würde, wenn er auf der Wiese hinter ihr herging. Er nahm deshalb einen Stein, der ihn unsichtbar machte, aus seiner Tasche, und verbarg ihn in der linken Hand, lief dann hinter ihr her und beeilte sich so sehr er konnte. Als er weiter auf die Wiese gekommen war, sah er eine große und prächtige Halle und folgte Hildur den Weg, der zu ihr hinführte. Er sah eine große Schar von Menschen aus der Halle ihr entgegenkommen. Zuerst an der Spitze ging ein Mann, der am prächtigsten von allen gekleidet war, und es schien dem Hürden, als begrüße dieser seine Frau, als Hildur kam, und als hieß er sie willkommen. Die anderen aber, die im Gefolge des Häuptlings waren, begrüßten sie fröhlich als ihre Königin. Mit dem Häuptling zogen Hildur zwei halb erwachsene Kinder entgegen, und mit heller Freude begrüßten sie ihre Mutter. Als die ganze Menge der Königin ihre Huldigung dargebracht hatte, begleiteten alle sie und den König nach der Halle. Und dort bereitete man ihr einen ehrenvollen Empfang, kleidete sie in königliche Gewänder und streifte ihr goldene Ring auf den Arm. Der Hirt folgte der Menge nach der Halle, hielt sich aber die ganze Zeit dort auf, wo am wenigsten Leute waren, wenn auch derart, dass er alles, was vorging, gut sehen konnte. In der Halle sah er so viel Pracht und Glanz, dass er Ähnliches nie geschaut hatte. Tische wurden hervorgeholt und gedeckt, und er wunderte sich über all die Herrlichkeit. Nach einer Weile sah Hildur in die Halle eintreten, in das prächtige Gewand gekleidet, von dem vorher die Rede gewesen ist. Jedem wurde sein Platz angewiesen. Königin Hildur nahm den Ehrensitz neben dem König ein. Das ganze Gefolge aber nahm zu beiden Seiten Platz, und die Mahlzeit dauerte nun eine Weile. Dann wurden die Tische wieder abgedeckt, worauf die Männer und die Jungfrauen, so viele dazu Lust hatten, zum Tanz antraten, während andere Vergnügungen wählten, die mehr nach ihrem Sinn waren. Der König und die Königin aber saßen da und sprachen miteinander. Der Gespräch schien dem Hirten sowohl mit Freude wie mit Kummer vermischt zu sein. Während des Gesprächs des Königs mit der Königin kamen drei Kinder, die jünger waren als die vorher erwähnten, zu ihnen herein, und sie äußerten ebenfalls ihre Freude darüber, dass sie ihre Mutter wieder sahen. Königin Hildur erwiderte ihren Gruß liebevoll, nahm das jüngste Kind auf den Schoß und streichelte es. Es war aber schlecht gelaunt und unruhig. Die Königin ließ dann das Kind herunter, streifte einen Ring vom Finger und gab ihn ihm zum Spielen. Da wurde das Kind still und spielte eine Weile mit dem Gold, verlor den Ring aber schließlich auf dem Boden. Der Hirt stand in der Nähe, beeilte sich und erhaschte den Ring, als er zu Boden fiel, steckte ihn zu sich und verbarg ihn gut, ohne dass es jemand merkte. Es schien aber allen merkwürdig, dass der Ring nirgends zu finden war, als man nach ihm suchte. Als die Nacht zum größten Teil verflossen war, begann Königin Hildur, sich zum Fortgang zu rüsten. Aber alle, die in der Halle waren, baten sie noch länger zu verweilen und waren sehr traurig, als sie sahen, dass sie fortziehen wollte. Der Hirt hatte beobachtet, dass an einer Stelle in der Halle ein uraltes Weib sah, das entsetzlich anzusehen war. Sie war die einzige von allen, die sich weder über die Ankunft der Königin Hildur gefreut hatte, noch sie war zu bleiben, als sie fortziehen wollte. Als der König die Wanderlust Hildurs sah und dass sie sich nicht zum Bleiben überreden ließ, weder durch seine noch durch andere Bitten, ging er zu dem Weib und sagte, »Nimm nun deine Flüche zurück, Mutter, und erhöre meine Bitten, so dass meine Königin mir nicht mehr zu fern zu sein braucht und meine Freude über unsere Zusammenkünfte von so kurzer Dauer ist, wie sie es jetzt war.« Das alte Weib antwortete ihm voller Zorn, »All meine Flüche sollen bestehen bleiben und nicht soll mich erweichen, sie zu widerrufen.« Der König schwieg dazu und ging voll Kummer zu seiner Königin, legte ihr den Arm um den Hals und küßte sie und bat sie noch einmal mit sanften Worten, doch nicht fortzuziehen. Die Königin sagte, dass die Flüche seiner Mutter ihr verböten, anders zu handeln. Sie äußerte, es wäre nur wenig Wahrscheinlichkeit dafür da, dass sie sich häufiger sehen könnten, des Schicksals wegen, das über sie verhängt wäre, und dass die Tötungen, die ihretwegen geschehen wären und deren es nun so viele geworden seien, nicht länger verborgen bleiben könnten, und dass sie deshalb die wohlverdiente Strafe für ihre Taten erleiden müsste, obgleich sie sie ungern verübt hatte. Während sie in diese Klagen ausbrach, entfernte sich der Hirt aus der Halle, als er sah, wie die Dinge standen. Er ging geradewegs über die Wiese nach der Spalte und wieder hinauf auf den Weg. Dann versteckte er den Zauberstein, zäumte sich wieder auf und wartete, bis Hildur kam. Nach Verlauf einer kurzen Zeit kam Königin Hildur allein und mit trauriger Miene. Sie setzte sich auf seinen Rücken und ritt nach Hause. Als sie dort angekommen waren, legte sie ihn wieder in sein Bett, zäumte ihn ab, ging darauf selbst zu Bett und begann zu schlafen. Obgleich der Hirte die ganze Zeit über hell wach gewesen war, stellte er sich doch schlafend, damit Hildur nichts merken sollte. Als sie aber zu Bett gegangen war, machte er sich nichts mehr daraus, vorsichtig zu sein, und er verfiel in tiefen Schlaf und er schlief, wie zu erwarten war, bis weit in den Tag hinein. Am nächsten Morgen stieg der Bauer von allen auf dem Hof zuerst aus dem Bett, denn es lag ihm am Herzen, seinen Schafhirten zu sehen, er wartete aber, statt der Weihnachtsfreude den Kummer, den Tod in seinem Bett zu finden, so wie es früher geschehen war. Während der Bauer sich anzog, erwachten die übrigen Leute des Hofes und zogen sich ebenfalls an. Der Bauer aber ging an das Bett des Hirten und berührte ihn mit der Hand. Da merkte er, dass er am Leben war und war froh darüber und pries Gott in hohen Tönen auf dieser Gnade. Da erwachte der Hirt frisch und munter und zog sich an. Währenddessen fragte ihn der Bauer, ob etwas Neues während der Nacht passiert sei. Der Schafhirte erwiderte, »Nein, aber einen sehr merkwürdigen Traum habe ich gehabt.« »Wie ist denn der Traum gewesen?« fragte der Bauer. Da begann der Hirt sein Bericht von dem Augenblick an, von dem wir erzählt haben, dass Hildo an sein Bett getreten war und ihn aufgezäumt hatte. Und dann gab er jedes Wort und jedes Ereignis so genau wieder, wie er sich daran erinnern konnte. Als er mit seiner Erzählung fertig war, saßen alle schweigend da. Außer Hildur, die sagte, »Alles, was du gesagt hast, ist gelogen, wenn du nicht durch deutliche Zeichen beweisen kannst, dass es so zugegangen ist, wie du erzählst.« Der Hirt ließ sich dadurch nicht in Verlegenheit bringen, sondern holte den Ring hervor, den er nachts vom Erdbogen im Alfheim aufgenommen hatte. Und er sagte, »Wenn ich es auch nicht für meine Pflicht halte, eine Traumsage mit Zeichen zu beweisen, so trifft es sich doch so glücklich, dass ich einen klaren Beleg dafür habe, dass ich in dieser Nacht bei den Huldren gewesen bin. Oder ist das nicht dein Fingerring, Königin Hildur?« Hildur antwortete, »So ist es, und Gott segne dich dafür, dass du mich aus der Sklaverei befreit hast, die mir meine Schwiegermutter auferlegt hat. Nur ungern habe ich all die Missetaten begangen, die sie mir geboten hat.« Königin Hildur fing dann ihre Geschichte also an. Ich war eine huldere Jungfrau aus geringem Geschlecht, aber der, der jetzt König über das Alfheim ist, wurde von Liebe zu mir erfasst, und, obgleich es sehr gegen den Willen seiner Mutter war, nahm er mich zur Frau. Da wurde meine Schwiegermutter so zornig, dass sie ihrem Sohn versprach, dass er nur kurze Freude an mir haben solle, jedoch würde es uns gestattet sein, uns ab und zu wiederzusehen. Mir aber legte sie auf, dass ich Sklavin unter den Menschen werden sollte, und damit war das Unglück verbunden, dass ich jedes Mal zu Weihnachten den Tod eines Menschen verursachen sollte, der Gestalt, dass ich, während ich schlief, ihn aufzäumen und ihm auf denselben Weg reiten sollte, denn ich diese Nacht auf dem Hirten geritten bin, um den König zu besuchen. Und dies sollte so lange wehren, bis ich dieser Bosheit überführt und deswegen getötet würde, wenn ich nicht einen so kecken und mutigen Mann fände, dass er mir nach Alfheim zu folgen wagte und dann beweisen könnte, dass er dort hingekommen wäre und gesehen hätte, womit die Leute sich dort beschäftigten. Nun ist klar, dass sämtliche früheren Hirten des Bauern um meinetwillen den Tod gefunden haben, seit ich hergekommen bin. Und ich hoffe, dass man mir nicht anrechnen wird, was gegen meinen freien Willen geschehen ist. Denn niemand hat den unterirdischen Weg gefunden und ist aus Neugierde in die Wohnstätte der Huldren eingedrungen, bis auf diesen mutigen Mann, der mich nun aus meiner Sklaverei und von meinem Fluch erlöst hat. Und ich werde ihn dafür belohnen, wenn es auch nicht gleich geschieht. Jetzt kann ich nicht länger hierbleiben, hab Dank für die Güte, die ihr mir erwiesen habt. Aber die Sehnsucht zieht mich nach meinem Heim. Nachdem sie so gesprochen hatte, verschwand Königin Hildur und später sah man sie nie wieder unter den Menschen. Von dem Schafhirten aber wird erzählt, dass er sich verheiratete und im nächsten Frühjahr einen Hausstand gründete. Ja, das konnte er auch. Denn erstens zeigte sich der Bauer freigebig ihm gegenüber, als er aus seinem Dienst zog, und dann war er auch selbst nicht ohne Vermögen. Er wurde seiner Gegend von sehr großem Nutzen, und stets wandte man sich an ihn um Rat und Hilfe. So beliebt aber war und so glücklich, dass die Leute nicht recht begreifen konnten, wie es zuging. Sie glaubten, bei ihm hätte jedes Tier zwei Köpfe. Er aber sagte, dass er Königin Hildur für seinen ganzen Wohlstand zu danken habe. Die Geschichte einer Winterpflege Vor sehr langer Zeit war ich eine kleine Winterpflege. Ihr braucht nicht lachen, liebe Leute. Ich erinnere mich ganz wohl, dass ich an hohen Fensterscheiben auf- und abkroch und draußen die schwarzen Bäume und den weißen Schnee sah. Zuerst hatte ich noch Gesellschaft, eine lahme Brummpflege, die in dem Frühling geboren war, und die mir von ihm erzählte. Die schwarzen Bäume hatten da lauter weiche, grüne Blätter gehabt, und vor dem Hause, wo jetzt der Schnee lag, war alles bunt und leuchtend gewesen, voll Blumen und Gräser und Duft und Honig. Die blauen Wasserjüngferchen hatten in der Luft geschaukelt wie lebendige Blüten, und die Sonne hatte einem bis ins Herz geschien, und ich sehnte mich nach dem Frühling. Die alte Fliege wurde immer schweigsamer, sie mochte nicht mehr leben, und fiel eines Morgens tot aufs Fensterbrett. Ich musste nun allein an ihren Frühling denken, und ob er wohl wieder käme. Das Zimmer, in dem ich flog, war hoch und warm. Es waren blanke Holzrahmen da und dunkle Schnitzereien, in denen man gut herumklettern konnte. An Nahrung fehlte es mir auch nicht, aber das Herumfliegen machte mir keine Freude, ich wartete immer. Die alte Dame im Lehnstuhl am Fenster wartete auch, das fühlte ich. Sie hatte immer ein braunes Kleid an, in der Woche ein wollenes, am Sonntag ein seidenes. Ich kroch gern daran in die Höhe und setzte mich auf die weißen Spitzenmanschetten. Da konnte ich lange sitzen und den alten, dünnen Fingern zusehen, die emsig an wollenen Männerstrümpfen strickten. Manchmal hatte sie auch eine Zeitung in der Hand und las halblaut vor sich hin, meist von Schiffen, die ankommen sollten. Manchmal guckte sie auch still und lange aus dem Fenster, und ich dachte oft, sie müsse wohl auch auf den Frühling warten. Eines Tages bekam sie einen großen Brief, den lass sie immer wieder. Ich saß gerade auf dem hölzernen Löwenkopf auf ihrem Lehnstuhl. Siehst du, kleine Winterfliege, sagte sie, siehst du, jetzt kommt mein Junge, mein Konrad. Und sie sah ganz rot gut und glücklich aus. Von diesem Tage an trug sie immer das braune, seidene Kleid und saß noch viel mehr an dem Fenster. Sie holte das alte Silberzeug aus dem Glasschrank und rieb es blank, und das Dienstmädchen machte reine, weiße Gardinen an. So verging ein Tag nach dem anderen, und immer noch warteten wir, die alte Dame auf ihren Sohn und ich auf den Frühling. Tändlich kam er, ein junger, brauner Mann riss die Tür auf. Mutti, Mutti, Mutterchen, rief er. Die alte Dame aber weinte bloß und sagte gar nichts und streichelte immerfort sein Haar. An der Tür stand ein junges Mädchen mit hellen Augen und einem weißen Gesicht. Das nahm der junge Mann bei der Hand und sagte, Dies ist Susanne, meine Braut. Nun wirst du auch eine Tochter haben und eine Liebe dazu. Aber die alte Dame konnte immer noch nichts sagen. Sie setzte sich auf das Sofa zwischen die jungen Menschen und streichelte ihnen abwechselnd die Hände. Dann wurde der Kaffee gebracht. Ich setzte mich auf ein Stück Zucker und die Brautleute bekamen die schönen silbernen Tassen. Nun konnte die Mutter endlich sprechen und sie erzählte von ihrer Brauzeit und dass sie an ihrem Hochzeitstage mit ihrem Manne aus den Tassen getrunken habe und am Tauftage ihres Konrads wieder. und dass sie die Tassen nun ihren Kindern schenken wolle, wie auch sie sie von ihrem Vater bekommen hätte. Der junge Mann sprach von seinen Reisen über das Weltmeer und das junge Mädchen von ihrer Heimat und ihren kleinen Geschwistern und wie lieb sie nun den Konrad hätte. Die alte Dame sah immer wieder selig von einem zum anderen und griff sich von Zeit zu Zeit nach der Brust. Ich bekam auf einmal wieder Sehnsucht nach dem Frühling und flog an die Fensterscheiben. Draußen lag kein Schnee mehr, nur Wasserlachen standen auf der Wiese und die Sonne blinkerte drin wie Gold. An den schwarzen Bäumen saßen überall helle, grüne Spitzen und meine Flügel zitterten vor Verlangen hinaus zu fliegen, aber das Fenster war verschlossen. In der Nacht war viel Gelaufe im Hause. Ich hörte Türen auf und zuklappen und einen Wagen hin und her fahren. Auch war mir als würde oben geweint. Und am Morgen kamen der junge Mann und das junge Mädchen blass und mit schwarzen Kleidern in die Stube. Sie setzten sich still auf das Sofa und sprachen lange kein Wort. Plötzlich stand der junge Mann auf, strich sich mit der Hand durch die Haare und sagte, Komm, Sonnchen, sie ist vor Freude gestorben und in Freude wollen wir an unsere liebe Mutter denken. Wir werden diesen Frühlingstag nicht vergessen und in alljährlichem Andenken an diesen seligen Tod feiern. Sieh, wie draußen alles zu neuem Licht entsteht. Komm! Und sie gingen Hand in Hand hinaus und ich flog ihnen nah. Draußen war lauter Licht und Sonne und mir war, als flöge ich zum ersten Mal. Ich huschte selig von einem Baum zum anderen, bis ich an einen kam, der kein Blatt, aber viele leuchtende Blüten hatte. Wie das duftete und flämmerte. Ich taumelte von einem Kelch zum anderen, schlürfte und trank und taumelte. Und die Sonne schien mir ins Herz und die blauen Wasserjüngferchen schaukelten um mich hier und alles rauschte, brauste, zitterte. Da muss ich wohl auch vor Freude gestorben sein, denn weiter weiß ich nichts mehr aus der Zeit, da ich eine kleine Winterfliege war. Das war die Geschichte von der kleinen Winterfliege. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.